Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist wieder Spieltag. Fortuna spielt mal wieder zu Hause. Endlich wieder nach 30 Tagen, meine ich jetzt, geht es gegen Regensburg, gegen den aktuellen Tabellenführer. Das wird ein sehr schwieriges Spiel, aber wer weiß, vielleicht schaffen die Fortuna das jetzt mit dem Sieg in Aue im Rücken, mal auch gegen Regensburg zu gewinnen. Und endlich wieder zu Hause, endlich wieder Stehplätze, also endlich wieder ein bisschen zurück zur Normalität. Mal gucken, wie heute die Stimmung ist. Ich hoffe, dass da möglichst jetzt mit den Stehplätzen wieder ein bisschen mehr Stimmung ist und dass man da möglichst viel machen kann. Dadurch, dass es jetzt wieder Stehplätze gibt, bin ich wieder unten im Stehplatzbereich und mein Vater übernimmt das Film aus dem Oberrang wieder. Schön, erste Reihe. Also für euch jetzt immer die beste Position. Und dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank an meinen Vater fürs Film und dann gehen wir jetzt auch direkt ins Stadion und hoffen auf einen Sieg von Fortuna. Also, auf geht's! Die Mannschaft wurde aufgestellt worden. Mit der Nummer drei, sein und letztes Spiel von Fortuna-Türkow, André! Mit der Nummer vier, Aue! Die fünf, Küssler! Mit der sieben, Florian! Mit der Nummer vier, Felix! Mit der zwölf, Christopher! Mit der zwölf, Christopher! Mit der zwölf, Christopher! Mit der achtundzwanzig, Ruhe! Mit der achtundzwanzig, Ruhe! Mit der achtundzwanzig, Ruhe! Mit der achtundzwanzig, Masse! Und die zweiundreißig, ausgehend von Fortuna-Türkow, und herzlich willkommen, Robert! Im чет im쳐. Matthias Klaviermusik万en, von Fortuna-Türkow! Brunsch und Ruhe. Was für bedeutet von counten, der Infektionslaufge cicatronab Rakuten wird rückwärtsich. gangsteriziert von Fortuna-Türkow. ي obviamente Conk бор�basiert werden. Vielen Dank. 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 Bye.